Hallo zusammen. Ich bin Mitglied im Deutschen Bundestag, aber von Hause aus Architektin, Diplom-Ingenieurin. Und das passt ganz gut, dass ich im Bundestag bin, da bin ich nämlich im Bauausschuss. Ich bin auch Kreisvorsitzende und Stadtverbandsvorsitzende, also ganz nah dran an unseren CDU-Mitgliedern. Und im vorpolitischen Raum bin ich zum Beispiel Vorsitzender der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Wir haben 400.000 Frauen, die wir vertreten. Mein Wahlkreis ist Ahrweiler. Und Sie kennen Ahrweiler alle von den Bildern dieser furchtbaren Flutkatastrophe. Die Menschen in Ahrweiler haben mich wieder direkt gewählt. Sie haben mir ihr Vertrauen geschenkt, weil sie sagen, du sollst uns vertreten in der CDU, in unserer CDU, auch in Berlin. Wir können viel lernen von den Menschen in Ahrweiler. Sie haben viel erlebt und das will ich gerne mit einbringen. Es tut uns allen gut, wenn wir aus den Erfahrungen des Ahrtals lernen. Okay. All right, cool. Vielen Dank.